Man könnte ja meinen, dass aufgrund der historischen Erfahrung rassistisches Gedankengut eigentlich aus den Köpfen der Menschen verschwinden sollte. Das, was uns die Geschichte gelehrt hat, Menschen verachtet werden nur, weil sie andere Herkunft haben, sollte eigentlich keinen Platz mehr haben in der heutigen Gesellschaft. Doch wir sehen, dass mittlerweile in Medien und Politik wieder eine Gefahr darauf beschworen wird vor Andersartigkeit. Und es gilt einfach an alle da draußen, dass wir wieder einstehen dafür, dass Heterogenität und kulturelle Vielfalt keine Gefahr, sondern einfach eine Bereicherung für die Gesellschaft darstellt. Wir sollten darauf achten, wieder miteinander gut umzugehen und zu respektieren, dass andere Kulturen, andere Ethnien keinesfalls eine Einschränkung für unser eigenes Leben darstellen, sondern dass wir daraus viel lernen können und miteinander einfach glücklich sein können. Daher ein klares Fuck-off an alle Rassisten, an alle rassistisch denkenden Menschen da draußen. Das war's. 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 Das war's.